Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, die Nachrichten auf RohstoffTV. Incoman berichtet über den aktuellen Stand des Phase 1 Ausbaus der Anlage Chalaban des Unternehmens in Arequipa in Peru. Incoman hat ED und ED Engineering Services, was ein peruanisches Ingenieurbüro ist, und bereits eine Reihe von Anlagen für den Erzaufbereitungssektor von bis zu 300 Tonnen Tageskapazität gebaut hat, angehört. Die Ingenieure sind derzeit vor Ort und arbeiten in einer Strategie für die Inbetriebnahme der Anlage und überwachen auch deren Ausbau und natürlich Aufbau. Des Weiteren wurden zwei neue Kugelmühlen mit einer Kapazität von jeweils 50 Tonnen pro Tag erworben, die die derzeitigen Kreisläufe mit einer Kapazität von 25 Tonnen pro Tag bei Chalaban ergänzen werden. Die erste Kugelmühle soll bis Ende des dritten Quartals in den Aufbereitungskreislauf aufgenommen werden, während die zweite Kugelmühle bis Ende des vierten Quartals 2014 hinzugefügt werden soll. Bei Parallelbetrieb der beiden neuen Kugelmühlen wird das Unternehmen eine Kapazität von insgesamt 100 Tonnen pro Tag erreichen können. Der Betrieb verfügt bereits über ausreichende Haldenkapazitäten, um den zusätzlichen Durchsatz tragen zu können. In Vorbereitung für die Aufbereitung wurde mit der Lagerung erste Erzlieferungen begonnen, um bis Ende des dritten Quartals 2014 ausreichend Material für die kontinuierliche Verarbeitung zu haben. Um eine optimale Erzversorgung nach dem Ausbau zu erreichen, arbeitet Inca One an weiteren Erzlieferverträgen mit mehreren kleineren Bergbaubetrieben, deren Material dem vom Unternehmen angeschriebenen Goldgehalt von rund 0,8 Unzen Gold pro Tonne, sprich rund 25 Gramm Gold pro Tonne entspricht oder diesen Wert auch noch übersteigt. Neben der Kapazitätserweiterung von Inca One auf 100 Tonnen pro Tag ist das Unternehmen derzeit im Begriff, die Wirtschaftlichkeit, den Cashflow-Bedarf und die Genehmigungsauflagen für einen Ausbau seiner Anlage auf 250 Tonnen pro Tag zu prüfen, um so den zukünftigen Erzaufbereitungsanforderungen der Region besser gerecht zu werden und wachsende Mittelzuflüsse zu erzielen. Das Unternehmen gab ebenfalls den aktuellen Stand auf Corizona bekannt. Inca One sendete eine Haufenprobe mit Erzgangmaterial aus Corizona zur Testaufbereitung an die Anlage in Challa. Die Probe bestand aus 28,5 Tonnen im Trockengewicht und wurde aus drei Vortrieben innerhalb der Erzgangstruktur Los Angeles, was Erzgang B ist, entnommen. Die von Minera Lab SAC durchgeführte Analyse ergab Gehalte von jeweils rund 0,25 Unzen Gold pro Tonne, 0,18 Unzen Gold pro Tonne und 0,033 Unzen Gold pro Tonne für die drei Entnahmestellen. Es wurden keine metallurgischen Untersuchungen bisher unternommen. Das Material der Großprobe wurde mit bestehendem Mühlendurchsatz bei der Erzaufbereitungsanlage Challa gemischt und anschließend aufbereitet. Angesichts der noch unbeständigen Goldgehalte, die sich im Rahmen des Haufenprobenprogramms ergeben haben, hat Inca One beschlossen, die Arbeiten beim Konzessionsgebiet La Corizona vorübergehend einzustellen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es mit dem Ausbau der Aufbereitungsanlage Challa One, bei der im Rahmen eines ersten Testaufbereitungsprogramms ein über Verträge mit kleineren Bergbaubetrieben gesichertes Mühlendurchsatz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,5 Unzen Gold pro Tonne verarbeitet wurde, größeren Wert für seine Aktionäre generieren kann. Sollte es Inca One gelingen, Challa One auf 100 Tonnen pro Tag Durchsatz aufzufahren, so dürfte dies zu Nettomittelzuflüssen von 6 bis 8 Millionen Dollar pro Jahr führen und das Unternehmen wäre wohl profitabel und kann damit das weitere Großwachstum angehen. Wir bleiben gespannt und wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten. Tschüss und Servus aus München!